Das 31. Jahrhundert. Weil Odysseus den Zyklopen besiegt und Telemach, Themis und Numaios gerettet hatte, dachten sich die Götter des Olymp eine furchtbare Rache aus. Wer die Macht von Zeus anzweifelt, muss bestraft werden. Von nun an werdet ihr an einer unbekannten Welt umherirren und bis zum Eintritt in das Reich des Hades werden eure Körper starr sein. Odysseus, der Weg zur Erde ist in meinem Gedächtnis nicht mehr gespeichert. Papa! Ihr lebt. Ihr lebt. Odysseus, Sternenstaub in den Galaxien. Deine Spur ist der Flug um die Uhr. Odysseus, dein Gesetz ist die Gerechtigkeit. Odysseus, dein Gesetz ist die Gerechtigkeit. Odysseus, denn du bist Herrscher über Raum und Zeit. Odysseus, denn nur die Erde ist noch weit. Du fliegst und fliegst in deiner Lichtgeschwindigkeit. Ich bin nun nur kleiner Roboter, Freund von Odysseus. Odysseus. Ich bin nun nur kleine Roboter, Brüllen von Mutterscheus.